Die Metro Madrid ist die U-Bahn der spanischen Hauptstadt Madrid. Das 293 Kilometer lange Streckennetz erschließt mit mittlerweile 289 Stationen nicht nur die Stadt selbst, sondern auch mehrere Vororte. Nach der im Mai 2007 abgeschlossenen Erweiterungsphase ist die Madreda Metro derzeit die weltweit achtlängste U-Bahn nach der Metro Shanghai, der London Underground, der U-Bahn Peking und der New York City's Upway. Hinsichtlich der Zahl der Stationen wird sie jetzt nur noch von New York übertroffen. Neben der U-Bahn-Seul gilt sie als die am schnellsten expandierende U-Bahn der Welt. Allein seit 1994 hat sich die Länge des Streckennetzes mehr als verdoppelt. Die Betriebsführung erfolgt durch die Metro de Madrid S.A., eine Tochtergesellschaft des Consortio Regional de Transportes de Madrid. Dabei handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Unternehmen im Besitz der Stadt Madrid. Der Autonomgemeinschaft Madrid und der Vorortsgemeinden. Dieses Konsortium koordiniert auch den Busbetrieb der städtischen Verkehrsbetriebe im Presa Municipal de Transportes sowie das Nahverkehrsnetz. Cerca Anjas der spanischen Staatseisenbahn Renf. Alle Verkehrsträger der Hauptstadtregion sind zu einem Verkehrsverbund zusammengeschlossen. Im Jahr 2011 beförderte die Metro Madrid 634,5 Millionen Fahrgäste. Liniennetz Das Liniennetz der Madreda Metro ist derzeit 293 Kilometer lang, besteht aus 13 Linien und besitzt 289 Stationen. Die Spurweite beträgt 1445 Millimeter. Sie entspricht damit jener der einstigen Straßenbahnen und ist bedeutend schmaler als die bei den Eisenbahnen verwendete spanische Breitspur von 1668 Millimetern. Fast das gesamte Netz verläuft unterirdisch. Nur drei Abschnitte befinden sich an der Oberfläche. Wie die Berliner U-Bahn besteht auch die Madreda Metro aus zwei unterschiedlichen Teilnetzen. Die Linien 1 bis 5 sowie R gehören zum Kleinprofilnetz. Die Tunnel sind 6,86 Meter breit und 5,36 Meter hoch, liegen zumeist in geringer Tiefe und folgen in der Regel dem oberirdischen Straßenverlauf. Während die Tunnel hufeisenförmig gebaut sind, weisen die Stationen eine Ellipsenform auf. Die Kleinprofil-Linien wurden aufgrund ihrer geringen Tiefe und der günstigen Geologie meist in offener Tunnelbauweise errichtet. Dabei hob man eine Baugrube aus und deckelte diese anschließend zu. Bei schwierigeren Verhältnissen kam die belgische Methode zur Anwendung, die im Laufe der Zeit zur Madreda-Methode weiterentwickelt wurde. Zum Großprofilnetz gehören die Linien 6 bis 12, sofern die Tunnel nahe der Oberfläche liegen. Wurden auch diese in der offenen Bauweise errichtet, in diesem Falle sind sie 7,74 Meter breit und 6,87 Meter hoch. Bei Tiefen unter 20 Metern kamen modernere Bauweisen zur Anwendung wie die neue österreichische Tunnelbaumethode oder seit Beginn der 1990er Jahre. Tunnelbohrmaschinen In diesen Abschnitten weisen die Tübings einen Innendurchmesser von 8,07 Metern auf. Die tiefstgelegene Großprofilstation ist mit 49 Metern jene der Linie 6 bei Cuatro Caminos. Auf beiden Teilnetzen beträgt der minimale Kurvenradius 90 Meter, die maximale Neigung 5 Prozent. Der Oberbau besteht aus Vignoleschienen mit Holzschwellen auf Schotterbett. In den Stationen und in engen Kurven sind die Schienen direkt in den Beton der Tunnelsohle eingelassen oder auf Betonkonsolen montiert. Betrieb Die Madrid am Metro verkehrt täglich von 6 Uhr bis 1 Uhr 30. Die Zugfolgezeit variiert von Linie zu Linie. In der Regel beträgt sie während der Hauptverkehrszeit 2 bis 4 Minuten, tagsüber 4 bis 7,5 Minuten und ab Mitternacht 15 Minuten. Es gibt sechs Betriebswerkstätten mit Abstellanlagen. Diese befinden sich bei den Stationen Cuatro Caminos, Cuatro Vientos, Herrera, Oria, Fünkerel, Loranca und Ventans. Die Hauptbetriebswerkstatt, die sowohl für Kleinprofil- als auch für Großprofilzüge verwendet wird, befindet sich auf einem 30 Hektar großen Gelände im Osten der Stadt nahe dem Estadio de Madrid zwischen den Stationen Kenelichas und Las Musas der Linien 5 und 7. und ist mit diesen Überzufahrtsgleise verbunden. Die Stromzufuhr geschieht auf allen Linien mittels Oberleitung und Stromabnehmern. Die Stromversorgung erfolgt über 83 Unterwerke, die über das ganze Streckennetz verteilt sind und von der Station Quevedo aus zentral gesteuert werden. Die zentrale Betriebsleitstelle, von der aus alle Züge überwacht werden, ist in der Station Alto del Arenal untergebracht. Drei Linien weisen betriebliche Besonderheiten auf die Linie, er ist lediglich 1,1 Kilometer lang. Zwei Züge mit je vier Wagen pendeln zwischen den Stationen Opera und Principe Pio hin und her. Die Strecke ist zwar zweigleisig, doch gibt es in beiden Stationen nur je einen Bahnsteig. Die Metrolinie mit der Nummer 9 verläuft über eine Länge von 18 Kilometern oberirdisch. Sie nutzt zwischen Puerta de Aganda und Aganda del Rai eine ehemalige Güterbahnlinie und besitzt auf diesem Streckenabschnitt lediglich drei Zwischenstationen. Mit zunehmender Dichte der Bebauung sollen weitere Stationen hinzugefügt werden. Wegen der geringeren Fahrgastfrequenzen erfolgt in Puerta de Aganda eine betriebliche Trennung der Strecke. Außerhalb von Madrid verkehren lediglich Züge mit drei Wagen und einem größeren Intervall. Fahrgäste, die weiter in die Innenstadt möchten, müssen an der Stadtgrenze vorläufig umsteigen, bis die größere Nachfrage einen durchgehenden Betrieb rechtfertigt. Die Überlandstrecke ist im Besitz der Gesellschaft Transportes Farroviarios de Madrid, an der die Metrogesellschaft und mehrere Baukonzerne beteiligt sind. Sie fällt nach Ablauf der Konzession im Jahr 2028 in den Besitz der autonomen Gemeinschaft Madrid. Die Linie 12, auch Metroja genannt, verläuft vollständig außerhalb des Stadtgebietes von Madrid und verbindet als Ringstrecke die Vorstädte Alcocon, Fuenlabrada, Getafe, Leganes und Mostoles miteinander. Sie ist zwar nur über die Linie 10 mit dem übrigen Metronetz verbunden. Dafür besteht an sechs Stationen eine Umsteigemöglichkeit zu vier verschiedenen Linien der Vorortbahn Cerca-Niasch. Obwohl die Strecke teilweise durch offenes Gelände führt, ist sie vollständig unterirdisch. Dadurch soll die zukünftig zu erwartende Stadtentwicklung nicht beeinträchtigt werden. Auf sämtlichen Linien herrscht Linksverkehr. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde, auf dem oberirdischen Abschnitt der Linie 9 sogar 110 km pro Stunde. Stationen Die Stationen sind von Linie zu Linie unterschiedlich lang. Jene der kleinen Profillinien 1, 3 und 5 sind 90 m lang, jene der Linien 2, 4 und R 60 m. Bis September 2006 wurden die Stationen der Linie 3 Zweckskapazitätserhöhung von ehemals 60 auf 90 m verlängert. Die Stationen der Großprofillinien 6 bis 12 weisen eine einheitliche Länge von 115 m auf. Mehrere zweigleisige Stationen besitzen einen Mittelbahnsteig und zwei Seitenbahnsteige, dadurch kann das Ein- und Aussteigen getrennt erfolgen. In 39 der insgesamt 210 Stationen kann auf andere Metrolinien umgestiegen werden, in 19 zu den Zügen der Serkan Yash. Die Umsteigebeziehungen sind nicht überall ideal konzipiert, oft sind die Bahnsteige nur über lange Verbindungstunnel oder über mehrere Rolltreppen. Erreichbar. Casa de Campo und Principe Pio sind die einzigen Stationen, wo das Umsteigen am selben Bahnsteig möglich ist. Nur knapp die Hälfte aller Stationen, nämlich 81, entsprechen den Richtlinien des barrierefreien Bauens. Sind also mit Rampen und oder geräumigen Aufzügen ausgestattet. Dies ist hauptsächlich an den nach 1994 gebauten Strecken der Fall. Stationen der Kleinprofillinien hingegen sind abgesehen von wenigen Ausnahmen nicht rollstuhlgängig. Die Böden der Bahnsteige und auch die Wände der älteren Stationen sind meist gefließt. Bei Sanierungsarbeiten wurde 2006-2007 auf eine Abtragung und Erneuerung der alten Fliesen verzichtet. Stattdessen wurden die Wände an vielen Stationen zuerst mit einem Kunststoffmaterial ausgekleidet und darüber brachte man farbige Metallverschalungen an. Das Aussehen vieler Stationen wurde dadurch grundlegend verändert. In den neueren Stationen sind die Wände auch mit Platten aus Marmor oder Granit verkleidet. Zahlreiche Stationen besitzen verschiedene künstlerische Gestaltungselemente wie Wandbilder oder Statuen, die meist einen Bezug zur näheren Umgebung herstellen. Beinahe alle Stationen besitzen ein Zwischengeschoss, in dem sich Fahrkartenautomaten, Information-Schalter, Drehkreuzsperren und Läden befinden. Züge Fast alle Züge der Kleinprofillinien sind aus Wagen der Baureihe 2000 zusammengesetzt, die 2,30 Meter breit sind und von der spanischen Waggonbaufirma CAF gebaut wurden. Während die Serie 2000A von 1984 bis 1993 ausgeliefert wurde, fand die Lieferung der Serie 2000B nur im Jahr 1998 statt. Seit Ende 2005 werden die 2000er Wagen durch solche der Nachfolgebaureihe 3000 ergänzt. Die Züge des Typs 2000A verkehren auf der Linie 1, die 2000B auf der Linie 5 und die 3000 auf den restlichen Kleinprofillinien sowie auf der Linie 11, die zwar eine Großprofillinie ist, aber aufgrund geringen Fahrgastaufkommens die höhere Kapazität der Großprofilzüge nicht benötigt. Von Juni 1998 bis Mai 2002 wurden die Kleinprofillzüge auch auf der Großprofillinie 8 eingesetzt, weil diese damals noch nicht mit dem restlichen Großprofilnetz verbunden war. Einen Sonderfall bildete auch die Linie 10 auf der ehemaligen Sape Pano verkehrten 2,35 Meter breite Züge der Baureihe 300. Als die Sape Pano 1998 mit dem damaligen Nordteil der Linie 8 zur Linie 10 verbunden wurde, kamen vorerst 2000er Wagen zum Einsatz. In den Jahren 2000 und 2001 wurde der Tunnelabschnitt zwischen Plaza de Espaner und Alonso Martinez für den Einsatz von Großprofilfahrzeugen umgebaut. Auf dem Großprofilnetz werden vier verschiedene Baureihen eingesetzt, die alle 2,80 Meter breit sind. Die ältesten Züge der Baureihe 5000 stammen aus dem Jahr 1974 bis 1993 folgten drei weitere Serien, die sich jeweils in der Gestaltung der Frontpartie und der Innenausstattung unterscheiden. Die Baureihe 6000 wurde 1998, 99. von einem Konsortium bestehend aus CAF, GEC, Alstom, Atrans und Siemens gebaut. Im Jahr 2002 erhielten einzelne Züge antriebslose Mittelwagen. Ab dem Jahr 2002 ausgeliefert wurden Züge der Baureihen 8000 und 7000. Erstere stammen von CAF, Alstom und Siemens, letztere von Anseldo Breda. Auffälligstes Merkmal dieser Züge ist, dass sie von einem Ende zum anderen durchgängig begehbar sind. In den Achttausenderfahrzeugen der Flughafenlinie 8 gibt es zwar weniger Sitzplätze, dafür aber Gepäckregale. Im Jahr 2004 besaß die Metro Madrid insgesamt 1550 Wagen, davon 718 für Kleinprofilstrecken und 832 für Großprofilstrecken.